Herzlich willkommen im nächsten BAKS-Video, in dem wir uns quasi die ersten Schritte anschauen wollen. Wie komme ich in diese Beratungsstrecke hinein und womit geht es los? Wieder dabei unser BAKS-Spezialist, der Patrick, der uns jetzt zeigen wird, wo wir dort einsteigen. Let's go Patrick, vielen Dank. Perfekt, das machen wir gleich. Und zwar fangen wir natürlich auf unserer neuen Navigationsseite an. Sie finden hier die BAKS-Strecke über die Arbeitgeberberatung und klicken dann auf die BAKS. Sie kennen das, Sie kommen als erstes natürlich zur Arbeitgeberübersicht, weil im ersten Schritt müssen Sie natürlich einen Arbeitgeber auswählen, den Sie am Ende auch jetzt beraten möchten. Wir wählen hier die Test-AG aus und klicken auf Beratungsauswahl und klicken auf neue Beratung hinzufügen und können hier dann eben schon vorselektieren, welche Variante wollen wir denn überhaupt mit dem Arbeitgeber besprechen, weil Sie können ja auch mehrere Beratungen anliegen. Aktuell ist es so, dass wir im Moment nur die Berufsunfähigkeitsversicherung rein Arbeitgeber finanziert anbieten über unseren Pilotpartner, die Alte Leipziger. In Zukunft wird sich das natürlich ändern, denn es ist natürlich vollkommen klar, dass es nur rein Arbeitgeber finanziert nicht immer geht, sondern es wird natürlich auch in Zukunft die Mischfinanzierung angeboten, die das Ganze dann komplettiert und ergänzt und natürlich auch die Grundfähigkeit mit weiteren Partnern. Deshalb fahren wir jetzt fort mit der Berufsunfähigkeit rein Arbeitgeber finanziert. Haben wir den Schritt erledigt, kommen wir zur Tarifübersicht. Hier werden uns alle möglichen Tarife angezeigt, die wir auswählen können, einmal ohne Risikovoranfrage, einmal mit Risikovoranfrage. Das bedeutet ganz einfach, dass Sie einmal eben eine Risikovoranfrage auswählen, wo das Unternehmen insgesamt bewertet wird und Berufsgruppen gebildet werden und ohne bedeutet, es wird das Unternehmen nicht bewertet, sondern jeder Mitarbeiter wird einzeln in Berufsgruppen mit dem jeweiligen Beruf einsortiert. Das ist bei der Alten Leipziger der Fall und deswegen werden wir jetzt auch hier das Angebot gemeinsam konfigurieren und einen Kollektivvertrag eben auch konfigurieren. Hier oben haben Sie noch die Möglichkeit, weitere Infos und Dokumente einzusehen, zum Beispiel wie Annahmerichtlinien. Hier haben Sie die Möglichkeit, jetzt den Beitrag festzulegen und auch die Tarifgruppe festzulegen. Sind Sie bei der Alten Leipziger, wissen Sie immer, welche Tarifgruppe Sie auswählen, weil Sie es mitgeteilt bekommen und natürlich haben wir hier die gängigen Auswahlmöglichkeiten, die wichtig sind, wie den Versicherungsablauf, die Überschussverwendung, aber auch die garantierte Rentensteigerung. Wir übernehmen jetzt mal die Standardwerte, die wir schon bereits hinterlegt haben, speichern diese und auf dieser Grundlage werden jetzt die Beispielberechnungen erstellt. Warum sind Beispielberechnungen so wichtig? Sie wissen das sicherlich. Sie müssen ja natürlich auch beim Arbeitgeber ein Gefühl dafür vermitteln, wie viel Berufs- und Fähigkeitsrente bekommen denn eigentlich dann am Ende die Mitarbeiter. Und das macht man am besten, indem man Beispiele berechnet. Ich mache das ganz gerne so, dass ich meistens einen gewerblichen Mitarbeiter hernehme und einen kaufmännischen Mitarbeiter. Deswegen nehmen wir als erstes mal den Mechaniker, in dem Fall den Anlagenmechaniker, geben hier das Alter ein, welches wir berücksichtigen wollen und lassen hier die Berufs- und Fähigkeitsrente berechnen. Hier haben wir jetzt auch schon gleich einen wichtigen Hinweis, der für die Annahmerichtlinien wichtig ist, denn solange Sie unter 100.250 Euro bleiben in dieser Berufsgruppe. Können Sie noch die Arbeitgeber-DOE der Alten Leipziger nutzen, liegen Sie hier drüber, würden Gesundheitsfragen anfallen. Wichtiger Hinweis, den Sie berücksichtigen, den haben wir hier auch erfüllt. Deswegen speichern wir das hier. Als zweites legen wir den kaufmännischen Mitarbeiter ein. Das ist dann der Bürokaufmann und den legen wir auch wieder mit jeweils 35 an. Hier liegt die Grenze bei 2.000 Euro. Das ist ganz schön erkennbar. Das heißt, man kann es in seiner Berechnung immer berücksichtigen, erhalten die Zahlen und übernehmen die Beispiele eben hier. Wie gesagt, dieser Bereich ist sehr wichtig, um erstens selber ein Gefühl zu bekommen, okay, was habe ich hier eigentlich für einen Tarif vor mir liegen, kann mich über die Dokumente informieren und als zweites erstelle ich hier eben dann die Beispiele, die ich später beim Arbeitgeber vorstellen möchte, um dann eben mit ihm zu besprechen, passt es für ihn, müsste noch mal was geändert werden oder soll das Angebot so angenommen werden. Deswegen klicken wir jetzt auf Speichern. Damit sind wir fertig mit der Konfiguration und im nächsten Schritt versenden wir das Angebot und erfassen die Mitarbeiter. Patrick, vielen herzlichen Dank für den Einstieg in die BAKS-Beratungsstrecke. Ich denke, so sind wir gut gerüstet, um die entsprechenden Zahlen beim Arbeitgeber zu präsentieren. Wie es dann weitergeht, wollen wir Ihnen im nächsten Video zeigen. Vielen Dank.